Ein bisschen Oberluft bekommen, aber schön korrigieren können. 53.10, Riesenvorsprung jetzt von 59 Hundertstel Sekunden. Für Stefan Görgl wird der zur großen Sensation hier jetzt. Der Sohn von Traudl Hecher lebt in der Steiermark. Schwesterchen Elisabeth bei den Damen im Weltcup dabei. 1.12 und gibt es eine neue Bestzeit. Jawohl, 1.13.40. 1.13.40 und zwei Österreicher führen hier im Super-G. Von Biberkrieg und wie er es gesagt hat, die Form kommt zurück. Und wie Stefan Görgl führt hier vor Mario Scheiber und Alessandro Fattori. Ja, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Die Nagel. DJ Klayer und wie hin inferbreide aber auch? Neumün. 79vine Reciman. Hallo, 1.14 und 2.1 schnitzel. Bedia. Da. Vielen Dank.